Einen schönen Mittwochabend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Check-Beziehungen bei Lotto 6 aus 45 und beim Joker. Es geht heute also um jede Menge Geld. Wir beginnen mit Lotto, wo am vergangenen Sonntag auf keinem Wettschein die sechs Richtigen angekreuzt waren. Der Gewinntopf blieb also verschlossen und die Summe für den heutigen Sechser ist damit auf rund 1,8 Millionen Euro angewachsen. Glücksrichter und Kugeln sind überprüft und ich begrüße den Notarier im Studio, Herrn Mag. Gregor Aitler. Er wird die heutige Ziehung beaufsichtigen. Und jetzt viel Glück und es geht auch schon los. Und unsere erste Gewinnzahl von heute Mittwoch lautet 25. 25. Gewinnzahl Nummer 2 ist 33. 33. 23. 23. Ich hoffe, Sie haben auch 17 auf Ihrer Quittung stehen. 17. Gewinnzahl Nummer 5 ist 3. 3. Und der heutige Jackpot-Sex ist komplett mit 15. 15. 15. Fehlt uns nur noch die Zusatzzahl und diese lautet heute Abend 1. 1. Hier noch einmal die Gewinnzahlen jetzt in ansteigender Reihenfolge. 3, 15, 17, 25, 28, 33 und die heutige Zusatzzahl ist 1. Kommen wir nun zum Joker. Jackpot heißt es auch beim Joker. Wohl hat es hier am Sonntag eine in Wien gespielte Quittung mit der richtigen Zahlenkombination gegeben. Allerdings war darauf das Nein angekreuzt. Somit also kein Gewinner und im heutigen Jackpot liegen rund 350.000 Euro. Ich hoffe, Sie haben sich für das Jahr entschieden und ich wünsche Ihnen jetzt viel Glück. Wir starten mit der Ziehung. Die erste Stelle der heutigen Joker-Zahl lautet 4. 4. An zweiter Stelle haben wir 5. 5. Die dritte Stelle lautet 6. 6. An vierter Stelle haben wir 2. 2. An der vorletzten Stelle ebenfalls 2. 2. Und an der sechsten und letzten Stelle haben wir heute Abend 4. 4. Somit lautet die Joker-Zahl der heutigen Ziehung. 4. 5. 6. 2. 2. 4. 1,50 Euro gewinnen Sie mit einer übereinstimmenden Stelle. 7 Euro mit zwei Stellen. 77 Euro mit drei. 770 mit vier. 7700 mit fünf. Und mit sechs übereinstimmenden Stellen haben Sie den Joker-Checkboard geknackt. Ob und wie viel Sie heute Abend gewonnen haben, können Sie durch Eingabe Ihrer Quittungsnummer auf www.lotterien.at überprüfen. An Gewinnerinnen und Gewinnern dieser Ziehung gratulieren wir natürlich sehr, sehr herzlich. Anzahl und Höhe der Gewinne erfahren Sie darüber hinaus im OF-Teletext auf Seite 721, auf win2d.at, aus den Tageszeitungen sowie in Ihrer Annahmestelle. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Mittwochabend und freue mich auf ein Wiedersehen am kommenden Sonntag. Schönen Abend.